Hallo, ich bin Tim Kircher. Ich mache heute 4 von 4, weil ich schlage den Schrage. Ich komme mal ins Werke und ich mache 4 Punkte und schlage den Timmy. Wenn ich aber jetzt mache, dann habe ich 3, oder? Also die zählen jetzt mehr Punkte. Wind, wohin? Hey, das geht nicht, Mann! Machst du eh nicht! Guck jetzt! Nein! Das war der Wind, Mann! Das sind viel Goals! Null, null, null! Nee, das kann nicht sein! Tor war die beste, ey! Tor, Tor! Alter, das gibt's ja nicht! Komm, Mario, ich bin nicht alleinletzter! Wieder kommt der Wind! Was ist jetzt los? Schubel! Ja, das geht gar nicht! Keine Chance! Ich spiele zu weit! Komm mal nach, Junge! Jetzt streiten wir raus, oder? Auf Wiedersehen! Das war's! Bis zum nächsten Mal! Das war's! Tschüss! Das war's! Schubel! Tschüss! 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 Schubel!